1000 Zombies versus Fallen, wer schafft es zu überleben? Oh mein Gott, Leute, es geht los, die Zombies laufen runter und yo, da werden direkt die Ersten aus dem Spiel genommen und zack, die Nächsten müssen dran glauben. Und auch hier in der nächsten Stage die Riesenkugeln laufen, laufen, nein, auch die beiden wurden zerquetscht. Oh mein Gott, Leute, es sind nicht mehr viele im Rennen, kann es wer nach ganz unten schaffen und sich das Preisgeld holen? Abonniert jetzt den Kanal, Leute, und hier die Nächsten raus, da kommt die nächste Horde und die Kugel wieder. Oh, zerquetscht hier die Nächsten, aber auch oben der Hammer, arbeitet fleißig und wer ist das denn? Oh mein Gott, eventuell schafft er es nach ganz unten, so weit war bisher noch keiner. Wir schalten wieder zurück zu dem Zombie, der läuft, der hat mittlerweile schon seine Beine verloren, aber da oben kommt die Kugel und schafft er es eventuell, bevor die Kugel runterrollt, ins Ziel zu laufen? Er läuft durchs Ziel, er läuft durchs Ziel und er gewinnt als erster Zombie hier die Runde. Sehr, sehr krass, lasst einen Like da und abonniert den Kanal.